Einleitung Die Absicht dieses Buches ist, aus verschiedenen Quellen zusammengewoben, zum ersten Mal ein Gesamtbild des Lebens und Wirkens von Krishna Chaitanya zu geben, in Klammer 1486 bis 1533. Den viele Bhaktas, Gottgeweihte in Indien, als die wesentlichste Gestalt der indischen Geistesgeschichte ansehen. Im ersten Teil der Arbeit wird der Versuch unternommen, ausschließlich vom Blickpunkt der Primärurkunden und ganz unbeeinflusst von den Assoziationen, die sich dem abendländischen Betrachter aus seiner Gedankenwelt oft aufdrängen, eine Vorstellung der mehrtausendjährigen Traditionsfolge zu vermitteln, in die Chaitanya hineinging und deren Gedankengut andauernd bei ihm und seinen Jüngern zum Ausdruck kommt. Eine solche Überlieferungsfolge wird Sampradaya genannt. Der Ursprung eines jeden Sampradaya geht der Überlieferung nach auf eine der Seinsweisen Gottes oder auf einen Avatarer Gottes zurück. Um die Vaishnavas der Chaitanya-Schule von den Anhängern der vier großen südindischen Traditionsschulen zu unterscheiden, werden sie seit dem Auftreten Chaitanyas, die Gaudiya Vaishnavas, genannt. Fußnote 5 Die Bezeichnung Brahma Madhva Sampradaya taucht erst etwa 200 Jahre nach Chaitanya auf. Im Verlaufe der muhammedanischen Bedrückung wurden von Anhängern Chaitanyas, Bildwerke Gottes, aus den von ihnen errichteten Krishna-Tempeln in Vrindavan gerettet und in Tempeln in Jaipur gebracht. Als ihnen dann später, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, von Brahmanen in Jaipur die Verwaltung dieser Tempel bestritten wurde, weil sie weder zur Überlieferungsfolge Shankaras noch zu den vier südindischen Vaishnavaschulen gehörten und nicht wie diese andere vedischen Traditionsfolgen einen klassischen Kommentar zu den Pramasutras von Badarayana besaßen, verfasste Baladeva Vidyobhushana, der ursprünglich zur Vaishnave-Tradition des Madhva gehörte, den Govinda-Bhasyam genannten Kommentar. Erst seit der Abfassung dieses letzten klassischen Kommentars, der Brahmasutras, bezeichnet man Krishna Chaitanyas Überlieferungsfolge auch als Brahma-Madhva-Gaudiya-Sampradaya. Chaitanya selbst und seine Jünger haben aber nie diesen Zusammenhang mit der Schule Madhvas erwähnt. Als autoritativer Kommentar der Brahmasutras galt ihnen das Bhagavad-Puranam. Ideologisch steht die Chaitanya-Schule Ramanuja viel näher als Madhva. Obgleich Chaitanya und die meisten seiner Jünger-Brahmanen-Familien angehörten, die ursprünglich nicht in Bengalen beheimatet waren, sondern aus Südindien und benachtbarten Staaten stammten, bezeichnet man diese Strömung der Bhakti als Gaudias nach der Stadt Gauda, der früheren Hauptstadt von Bengalen, dem Lande, wo Chaitanya geboren wurde und aufwuchs. In der Hand der alten heiligen Texte der Shastras und der auf diesen Shastras fußenden, überaus reichhaltigen und vielfach noch unerschlossenen Literatur der Chaitanya-Bewegung wird aufgezeigt, was Gott und die Welt und der Mensch und alle anderen Lebewesen für diese Bhaktas bedeuten und was sie als das Ziel ihres Lebens ansehen. Philosophie und Theologie sind in dieser Literatur, wie fast immer in der indischen Vergangenheit, eine untrennbare Einheit. Fußnote 6 Unter Shastras werden hier jene Texte verstanden, die als nichtmenschlichen Ursprungs Apau-Rosheya gelten und die entsprechend Priyat Aranyaka Upanishad 11.4.10 von Gott ausgeatmet wurden. Gemäß Chandukya Upanishad 7.1.2 gehören dazu die vier Veden mit den Upanishaden sowie der sogenannte fünfte Veda. Das sind die Itihasas in Klammer Chroniken und die Puranas, ferner die Pancharatras in Klammer das Ekayanam und die Shutras. Außerhalb dieser Shastras im eigentlichen Sinn stehen die Schriften späterer Meister, die zuweilen ebenfalls als Shastras bezeichnet werden. Das Sanskrit-Wort Shastra wird von den modernen Indologen abgeleitet, von der Wurzel Shams, loben, preisen. Die traditionelle Ableitung der Inder aber ist von der Wurzel Shas, Zügeln, Züchtigen. In der Bhagavad-Gita, die als Wort Gottes unter den Shastras besonders hervorgehoben wird, heißt es, Wenn jemand meint, er könnte sich über die Shastras hinwegsetzen und tun und denken, wie er will, nun, es steht ihm frei, zu tun, was ihm gefällt. Doch wird er weder erlangen, was er zu erlangen hofft. Er wird nicht glücklich werden, geschweige denn, das höchste Ziel erreichen. Die Shastras sind die einzige Autorität für das, was der Mensch tun und lassen soll. Also soll man sich wohl mit dem bekannt machen, was die Shastras sagen. Gita 16.23-24 Es erwies sich dabei als notwendig, zu Anfang eine Darstellung des Entfaltungsspiels Gottes und der Entfaltung der göttlichen Liebe im Sinne der Shastras zu geben, da gemäß den zeitgenössischen Quellschriften immer wieder Aspekte Gottes von Chaitanya manifestiert wurden und er, auch als der Guru der göttlichen Liebe, der Prema Bhakti, gilt. Die vier Anfangskapitel Gottes Wesen Gottes Kraft Gottes Reich Gottes Spiel Ich habe es absichtlich vermieden, eine kritische Untersuchung der Thesen der Autoren und eine vergleichende Textkritik vorzunehmen. Mein Bestreben war, den Geist der Quellen lebendig zu machen und damit die Voraussetzung für eine spätere vorurteilslose kritische Arbeit über Krishna Chaitanya zu schaffen. Ich musste mich auf die Werke der Zeitgenossen Chaitanyas und die unmittelbare darauffolgende Generation seiner Schüler beschränken. Im Verlauf der Zeit wurde dann in der Traditionsfolge noch zahlreiche andere Werke verfasst. Doch würde deren Behandlung diese Arbeit zu einer Enzyklopadie anschwellen lassen. Betont sei, dass die Ausführungen des ersten Teils und die kleingedruckten Zwischenerklärungen des Textteils nicht meine Ansichten wiedergeben, sondern den Sinn dessen darlegen, was die philosophisch-theologischen Teile des Chaitanya Chaitamrita und Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Raghunath Das und Jiva Goswami in ihren vielfach im Auftrag Chaitanyas geschriebenen Werken sagen. Diese sind zum Teil überaus umfangreich. Jiva Goswamis Alterswerk Gopala Champu allein umfasst in einer der Ausgaben nicht weniger als 3940 Seiten und sein philosophisches Hauptwerk Saad Sandarbha enthält in seinen sechs Teilen nach Themen geordnet etwa 20.000 Zitate aus den indischen heiligen Texten vom Rig Veda bis zum Bhagavad Puranam. Derart bilden die Werke der Schüler Chaitanyas auch einen Führer durch die weite und vielschichtige Welt der Shastras vom Blickpunkt dieser Gottgeweihten. Die ungewohnte Sinngebung mancher Sanskrit-Ausdrücke entspricht der Auffassung in der Traditionsfolge beziehungsweise den Erklärungen der altindischen Grammatiker, die alles Substantive und Adjektive von Verbalwurzeln ableiten. Wenn man sich viele Jahre mit der Literatur der Chaitanya-Bewegung befasst, hat man zuweilen den Eindruck, diese Bhaktas machen alles neu. Da ist ein neuer Blick auf die Welt, eine neue Philosophie und Theologie, ein neues religiös-soziales Brauchtum, neue Dichtung, neue Sprachwissenschaft. Doch der Schein trügt. Nie ist es die Absicht dieser Bhaktas, etwas Neues zu schaffen. Sie streben einzig danach, die scheinbar widerspruchsvollen Aussagen der Shastras in ihrer Ganzheit gelten zu lassen und nicht einzelne Aussagen daraus, wie die monistischen und dualistischen Schulen es tun, als die volle Wahrheit vor der bloß sekundären Wahrheit anderer Teile der Shastras hervorzuheben. Es ist ihr ständiges Bemühen, mit Hilfe der Kraft der Erkenntnis, die ihnen, wie sie sagen, Chaitanya gab, den ursprünglichen Sinn der Offenbarungsworte vom Schutz der Kommentare späterer Schulhäupter zu befreien. Wissenschaftliche Ausgaben der Werke aus dieser großen Literatur gibt es noch nicht. Die meisten Ausgaben sind verwahrloste Drucke, oftmals mit vielen tausenden von Druckfehlern. Soweit überhaupt eine Verszählung vorgenommen wurde, wendet jeder Herausgeber sein eigenes System an, das mit den anderen Ausgaben keineswegs übereinstimmt. Radha Govinda Naath zählt zum Beispiel in seiner mit vielen Kommentaren versehenen Ausgabe des Chaitanya Charit Amrita die Sanskrit-Verse und Bengali-Verse gesondert. Die Ausgabe der Gaudiamat hingegen zählt die Verse fortlaufend. Einige wenige Texte findet man auch im Devanagari-Alphabet gedruckt, doch die überwiegende Mehrzahl der Werke liegt nur in Ausgaben im Bengali-Alphabet vor. Das hat das Studium dieser zuweilen in Sanskrit-verfassten Werke nicht nur im Abendland, sondern auch in Indien außerhalb von Bengalen sehr erschwert. Überdies haben die Herausgeber oftmals nach ihrem Belieben wichtige Stellen ausgelassen, wenn diese mit der heutigen Anschauung ihrer Überlieferungsfolge im Widerspruch standen. In einer Hindi-Übersetzung des Chaitanya Charit Amrita zum Beispiel sind all die zahlreichen Stellen, wo Chaitanya an der Advaita-Lehre Shankaracharyas harte Kritik übt, einfach getilgt worden. Wesentliche Texte dieser von den europäischen Indologen noch sehr wenig betrachteten Literatur sind während des letzten großen Krieges von Puridas Goswami mit textkritischen Fußnoten herausgegeben worden, aber nur in einer Auflage von je 50 Exemplaren, die für eine ganz enge Gemeinschaft bestimmt waren. Diese Ausgaben sind natürlich längst vergriffen und trotz größter Bemühung ist es oft nicht möglich, sie zu beschaffen. Anderes liegt bloß in Handschriften vor. Von Zeit zu Zeit kommt bisher noch Unbekanntes zutage. Die einzig erhaltene Handschrift, einer der alten Biografien von Krishna Chaitanya, genannt Gauranga Vijaya, ist zum Beispiel 100 Jahre unbeachtet in der Bibliothek der Royal Asiatic Society in Kalkutta gelegen, bis man sie entdeckt und herausgegeben hat. Es ist sogar vorgekommen, dass man Handschriften dem Heiligen, der sie besaß, ins Grab mitgegeben hat. Denn große Heilige pflegt man in Indien wegen der Lauterheit ihres Leibs nicht zu verbrennen, sondern beizusetzen. Weiße Ameisen haben die Texte dann gefressen. Trotz all dieser Schwierigkeiten ist in der Stille mit großer Aufopferung Bewundernswertes getan worden. Der bettelarme Sanyasi Haridas, den ich vor seinem Tod noch in Navadvib, in Klammer Gauda, der Geburtsstadt Chaitanya straf, hat zum Beispiel mit großer Sorgfalt und Mühe 48 bisher unbekannte Texte ausfindig gemacht und herausgegeben. Er war manchmal nicht nur der Herausgeber und Kommentator, sondern auch der Setzer und Drucker. Und das Geld für jeden Einzelnen der Druckbogen, die in langen Zeitabständen und oft auf ganz verschiedenen Papier und in verschiedenem Format erschienen, hat er mühsam zusammengebettelt. Eine weitere große Schwierigkeit bei solcher Arbeit besteht darin, dass die alten klassischen Kommentatoren und auch die gelernten Bhaktas der Chaitanya-Schule vor mehreren Jahrhunderten nie exakte Quellnachweise gaben, sondern mit dem unerhörten Gedächtnis des indischen Hörers und Lesers rechneten und nach einem mit wenigen Anfangsworten angedeuteten Zitat nur sagten. So sagt die Shruti, in Klammer, damit sind die Veden und Upanishaden gemeint. Oder, so sagt die Smriti, in Klammer, damit sind die Puranas, Itihasas und Dharmashastras gemeint. Auch bei Zitaten aus dem aus 18.000 Sanskrit-Strophen bestehenden Bhagavad-Puranam geben sie gewöhnlich nur an, aus welchem der zwölf Bücher des Bhagavad-Puranam das Zitat stammt. Der Gelehrte Rasik Mohan Vidyabhushana, ein Bhaktar, der über 100 Jahre alt wurde, berichtete einem Freund von mir, dass er 20 Jahre seines Lebens dazu verwendet habe, um die unvollständigen Stellenverweise aus den Shastras klarzustellen. Die Jiva Goswami in seinem Sarva-Sambhadini, die im eigenen Kommentar zu seinem Sat-Sandharva, einpflicht. Rasik Mohan Vidyabhushana erzählte, dass er manchmal 14 Tage habe suchen müssen, um aus dem ungeheuren Gebiet der Shastras ein kurzes Zitat von vier oder fünf Worten auszufinden, dort, wo Jiva Goswami bloß die Formel verwendete, Iti Smritau, so in der Smriti. Zu beachten ist, dass sich im heutigen Indien eine große Kluft zwischen den englisch erzogenen Indologen der Universitäten und den im Strom ihrer Tradition stehenden Gelehrten befindet, die aus den einheimischen Sanskrit-Akademien hervorgegangen sind. Die Letzteren schrieben und schreiben noch immer ihre kritischen Untersuchungen, Aufsätze und Bücher nicht ins Englisch, sondern in der Landessprache ihrer Heimat. Diese manchmal sehr bedeutenden Werke werden jedoch von den indischen Universitätsindologen kaum gelesen und in Europa sind sie unbekannt. Die Ausgaben, die hier zitiert werden, sind im Schlussteil Literaturangaben und Quellkritik gekennzeichnet worden. Die abweichende Verszählung in den beiden angewendeten Ausgaben des Chaitanya-Charit-Amrita wurden durchwegs angegeben. Auf die abweichende Kapiteleinteilung der benutzten zwei Ausgaben des Chaitanya-Bhagavata wurde in Fußnoten verwiesen. Gelegentlich wurde auch auf das Entfallen einer wichtigen Strophe oder auf eine Textabweichung in einer der Ausgaben aufmerksam gemacht. Eine erschöpfende philologische Bearbeitung dieser umfassenden Literatur liegen außerhalb des Rahmens dieses Buches und müssen der Zukunft vorbehalten werden. Doch wird diese wichtige Arbeit, die wohl viele Jahre erfordern wird, einmal getan werden müssen. Wertvolles Material zu einer kritischen Untersuchung der zeitgenössischen und späteren Biografien bietet B.B. Majumdars Sri Chaitanya-Charit-Upadana in Klammer Kalkutta 1939 Es war dies die erste Doktor-Dissertation, die jemals in Indien in der Bengali-Sprache gedruckt wurde und sie hat daher dort großes Aufsehen hervorgerufen. Auch die zahlreichen Entgegnungen, die daraufhin in Zeitungen und Zeitschriften von Bengalen erschienen, bringen wichtige Hinweise. Manche der früheren Lebensgeschichten Krishna Chaitanyas gehören zu den wertvollsten zeitgeschichtlichen Zeugnissen des indischen Mittelalters. Über die Glaubwürdigkeit der einzelnen Texte gibt die Quellkritik am Schluss des Buches Auskunft.